Elftes Kapitel So sage ich nun, hat denn Gott sein Volk verstoßen? Das sei ferne, denn ich bin auch ein Israeliter von dem Samen Abrahams aus dem Geschlecht Benjamin. Gott hat sein Volk nicht verstoßen, welches er zuvor ersehen hat. Oder wisset ihr nicht, was die Schrift sagt von Elia, wie er tritt vor Gott, wie der Israel, und spricht? Herr, sie haben deine Propheten getötet und deine Altäre zerbrochen, und ich bin allein übrig geblieben, und sie stehen mir nach meinem Leben. Aber was sagt die göttliche Antwort? Ich habe mir lassen übrig bleiben siebentausend Mann, die nicht haben ihre Knie gebeugt vor dem Baal. Also geht es auch jetzt zu dieser Zeit mit diesen, die übrig geblieben sind nach der Wahl der Gnade. Ist's aber aus Gnade, so ist's nicht aus Verdienst der Werke, sonst würde Gnade nicht Gnade sein. Ist's aber aus Verdienst der Werke, so ist die Gnade nichts, sonst wäre Verdienst nicht Verdienst. Wie denn nun? Was Israel sucht, das erlangte es nicht, die Auserwählten aber erlangten es. Die anderen sind verstockt, wie geschrieben steht. Gott hat ihnen gegeben eine Geist des Schlafs, Augen, das sie nicht sehen, und Ohren, das sie nicht hören, bis auf den heutigen Tag. Und David spricht? So sage ich nun, sind sie darum angelaufen, dass sie fallen sollten? Denn, das sei ferne, sondern aus ihrem Fall ist den Heiden das Heil widerfahren, auf das sie denen nacheifern sollten. Denn so ihr Fall der Weltreichtum ist, und ihr Schade ist der Heidenreichtum, wie viel mehr, wenn ihre Zahl voll würde. Mit euch Heiden rede ich, denn dieweil ich der Heidenapostel bin, will ich mein Amt preisen, ob ich möchte die, so mein Fleisch sind, zu eifern reizen und ihrer etliche selig machen. Denn so ihre Verwerfung der Welt Versöhnung ist, was wird ihre Annahme anders sein als Leben von den Toten? Ist der Anbruch heilig, so ist auch der Teig heilig, und so die Wurzel heilig ist, so sind auch die Zweige heilig. Ob aber nun etliche von den Zweigen ausgebrochen sind, und du, da du ein wilder Ölbaum warst, bist unter sie gepfropft und teilhaftig geworden der Wurzel und des Safts im Ölbaum, So rühme dich nicht wieder die Zweige. Rühmst du dich aber wieder sie, so sollst du wissen, dass du die Wurzel nicht trägst, sondern die Wurzel trägt dich. So sprichst du, die Zweige sind ausgebrochen, dass ich hineingepfropft würde. Ist wohl geredet, sie sind ausgebrochen, um ihres Unglaubens willen, du stehst aber durch den Glauben. Sei nicht stolz, sondern fürchte dich. Hat Gott die natürlichen Zweige nicht verschont, dass er vielleicht dich auch nicht verschone? Darum schau die Güte und den Ernst Gottes, den Ernst an denen, die gefallen sind, die Güte aber an dir, sofern du an der Güte bleibst, sonst wirst du auch abgehauen werden. Und jene, so nicht bleiben in dem Unglauben, werden eingepfropft werden. Gott kann sie wohl wieder einpfropfen. Denn so du aus dem Ölbaum, der von Natur aus wild war, bist abgehauen und wieder die Natur in den guten Ölbaum gepfropft, wie viel mehr werden die natürlichen eingepfropft in ihren eigenen Ölbaum. Ich will euch nicht verhalten, liebe Brüder, dieses Geheimnis, auf das ihr nicht stolz seid. Blindheit ist Israel zum Teil widerfahren, solange bis die Fülle der Heiden eingegangen sei und also das ganze Israel selig werde, wie geschrieben steht. Es wird kommen aus Zion, der der Erlöse und Abwende das gottlose Wesen von Jakob. Und dies ist mein Testament mit ihnen, wenn ich ihre Sünden werde wegnehmen. Nach dem Evangelium sind sie zwar Feinde um euret Willen, aber nach der Wahl sind sie Geliebte um der Väter Willen. Gottes Gaben und Berufung können ihn nicht geräuen. Denn gleicherweise, wie auch ihr Weiland nicht habt geglaubt an Gott, nun aber Barmherzigkeit überkommen habt durch ihren Unglauben, also haben auch jene jetzt nicht wollen glauben an die Barmherzigkeit, die euch widerfahren ist, auf dass sie auch Barmherzigkeit überkommen. Denn Gott hat alle beschlossen unter den Unglauben, auf dass er sich aller erbarme. O welch eine Tiefe des Reichtums, beides, der Weisheit und Erkenntnis Gottes, wie gar unbegreiflich sind seine Gerichte und unerforschlich seine Werke. Denn wer hat des Herrn Sinn erkannt? Oder wer ist sein Ratgeber gewesen? Oder wer hat ihm etwas zuvor gegeben, das ihm werde wiedervergolten? Denn von ihm und durch ihn und zu ihm sind alle Dinge. Ihm sei Ehre in Ewigkeit. Amen. Amen. Vielen Dank.